Moin Moin Leute, was geht bei euch? Hier ist der Agri für euch am Start. Wir zocken nochmal eine kleine Runde One vs. One mit der Rasse Terraner. Ich bin ja gerade in die Silberliga gerutscht, obwohl ich gegen den Platinspieler Haushoch gewonnen habe. Habt ihr ja gesehen. Und ja, jetzt machen wir nochmal eine kleine Runde und hoffen, dass wir mal wieder einen Platinspieler bekommen als Gegner. Okay, Gold hier erstmal. Terra vs. Terra. Ich denke, ich werde mal einen rasch machen, einen starken. So, dafür bauen wir hier vorne erstmal ein Depot auf und schicken den anderen rüber hier. Die zwei schicken wir jetzt schon mal rüber und holen uns das Gatsasu, weil ich jetzt gleich einen kleinen Reaper-Push machen möchte. Brauche ich natürlich erstmal viel Gas. Das wird schon fertig hier. Okay. Kaserne aufbauen hier, mit einem gleich scouten. Jetzt werden wir mal mit dem scouten wir mal hier durch. Mit dem brauchen wir hier. Nicht genügend Minerarien. Nicht genügend Minerarien. Boah, Heigen erschreckt. Ganz groß und schlecht. Ein bisschen ärgern hier. Nur zu. Verstanden. Aha. BBF bereit. Erster Reaper kommt. Darauf achten, dass der Supply auch passt. Was liegt an? Was liegt jetzt? Nur zu. BBF bereit. Bereit. Nicht genügend Minerarien. Aber dann machen wir erstmal nur einen Push mit 2. Oh, wie hat man kalt. Ja. Hört jemand? BBF einsatzbereit. Nicht genügend Minerarien. Gibt auch einen. Oh, das ist alles. Los geht's. Sache, da wird man kalt. Schon unterwegs. Wird gemacht. Oh yeah, baby. Fürchte den Tod. Sache, da wird man kalt. Natürlich. Was schminkt die Summe? Nicht, nicht für dich werde. Ruh nicht. In Ordnung. Was schliebt? Der Tod kommt von oben. Rache, Savitmannkeit. Ja, wir Echsen. Unsere WBMs werden angegriffen. Ach ja, ich geh schon. Nicht, dass wir in der Ecke. Rache, Savitmannkeit. Wir sind geliefert. Die WBMs werden angegriffen. BBMs einsatzbereit. Ruh nicht. In Ordnung. Rache, Savitmannkeit. Oh yeah, baby. Nicht so wichtig, dass ich werde. Unsere WBMs werden angegriffen. Soll ich? Und das war's. Ich hab zwar auch gut auf die Fresse gekriegt, aber kein Ding. Muss man dann einfach drauf klarkommen. So, direkte Beförderung hinterher. Bam. Sehr schön, auf Gold. So, und direkt das nächste. Ich hab hinterher einfach geballert die ganze Zeit. Mir ist auch leid, dass jetzt hier heute Montag und Dienstag noch kein Video gekommen ist. Wird jetzt die ganze Zeit aufgenommen und ja, dauert dann immer ein bisschen mit dem Schneiden und so. Normalerweise plane ich mal voraus, aber ja. Hat nicht so ganz geklappt. Manchmal muss auch einfach Netflix gesuchtet werden. So. Machen wir nochmal ein Reparage. Könnte man mal probieren. Wir werden mit zwei in den Rüberfahren erstmal. Einer zum Scouten. Nicht genügend in der Raya. Du warst. Du warst. Wenn wir die Beweiterung, geht los. Du zu. Nicht genügend in der Raya. Man platz. Was liegt an? Ja. 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 Schlechte Neuigkeiten? Was liegt an? Ich bin schon unterwegs. Was wichtig ist? Erlebe ihr echt bereit. Unsere Rüchelbis werden erlaubt. Lesel davon. Was nicht passen, wird passend gemacht. Also gehen wir zurück hier mit meinem. Das ist ja gleich dauernd. Er scottet mich hier schon. Ich sperr mir erstmal direkt ein hier. Was wichtig ist? So rüberkommt. Doppelpush. Nicht genügend in der Raya. Soll ich irgendwas umlegen? WBF einsatzbereit. Wache, serviert man kalt. Der Tod kommt. Fürchte Wache, serviert man kalt. Ja, er hat da bestimmt auch schon Rieper oder was. Unsere WBF werden angegriffen. Und das nächste mit dem Rush gewonnen. Ja, mit dem Rieper Rush. Das läuft gegen Terran richtig geil. Schöner holen. Ich zeige euch schon den Stinkefinger. Das macht keine Absicht. So, erneut. Gegen Terran immer optimal. Rieper Rush hier. Er wollte schön FE bauen. Nee, nee, nee. Nicht mit uns. Geht ja auf Schlag auf Schlag hier, ne? Also gut, was los? Aktuell. Ah, gegen Rendum. Scouting wir mal noch faster. Was war so klar, dass mir immer meine scheiß E-Zigarette umfällt? BBS einsatzbereit. So. Fragt sich, was da jetzt kommt. CERC, ja. Gehen wir mal auf Helions. Holt sich da hinten die Echse. BBS einsatzbereit. BBS einsatzbereit. Wattel. Aber sicher. BBS bereit. Jupp. Boah, hat sich halt mal zwei WBFs mitgenommen. BBS bereit. Super. BBS. 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 Was springt dabei raus? Was nicht passen wird, hast du nicht. Fürchte den Tod. Nicht genügend Moralien. Was ist das? Was liegt hier? BBS Einsatz bereit. Aber sicher! Ach, so eine Scheiße, ey. Shit. Was auf den? Warum der Herr, sagt man Kall? Los geht. BBS Einsatz bereit. Shoot. Ich ziele uns dazu. War kein schöner Push. Hätte besser sein können. Ausbauen hier. Was springt dabei raus? Wir sind geliefert. Sicherung. Erweiterung fertiggestellt. Wird erledigt. Ja, ich... ... 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 Es gibt gleich ein paar Marines und ein... Erstmal gleich ein paar Marines bauen. Fuuuck. Fuuuck. So eine Scheiße, diese dreckigen Mutters. Gut, dass sie ihn strong habt ihr ja gerade gesehen, ey. Er kam auch echt fast. Abmarsch bereit. BBF bereit. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Wir warten nur. Los, los, los. Kannst kaum noch erwarten. Was gibt's denn? Können wir die Aufnahme? BBF bereit. Bereit machen, Jungs. Durchgeladen und entsicher. Och neee. Was für ein Dreck. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Das wollte ich so schön Drop machen. Der ist natürlich jetzt total im Vorteil hier. Ich habe fast keine Eko. Meine guten Widows auch verloren. Wenn das Upgrade fertig ist, muss ich erst mal switchen hier. Das ist jetzt noch Massive Marines. Das Upgrade ist eigentlich auch. Was riecht das? Nicht genihe des Energien. BBS Einsatzbereit. Jetzt geht's los. Passen wir in die Hölle ein. Mal ein phänatisches Zündsystem erforschen. Es kann losgehen. Wir müssen mal ein bisschen Eko hier switchen. BBS Einsatzbereit. Ich komme schon gleich mit Massive. Ich muss gleich einen Drop machen. Jetzt geht's los. Schlechte Neuigkeiten. Verstanden. Los, los, los. Noch mal Mann, Go. Bring sowieso nichts. Wir müssen jetzt. Bereit machen, Jungs. In Aufnung. Benötige weitere Depots. Es kann losgehen. Was ist hier? Brei mich hoch drauf. Es geht los. Keine Chance, ey, so viele Bähnlinge. Das ist GG, GG. Das ist GG. Das ist GG. Das ist GG.